Willkommen hier zu einer Brandweinfolge von Mindshow Wolf mit der Rolle aus Black Widow Mit dem, äh, nicht Thanos, sondern Thanos sein komischer Bruder, den er hier dann kennt Ja, okay Und du bist Julian aus Gründer Power Ranger, weil er wollte immer der Power Ranger sein Na, servus So, sind wir ja nicht Warte mal, ist der Thanos schon da noch irgendwo drinnen? Handschuh? Ähm, was ich sagen wollte? Stimmt, war nicht irgendwo hier... Die sagt, äh, entfühlt die Handschuhe? Nee Nee, ist nicht Ich hab der Respond Oh, ich hab poisonous Potatoes Po poisonous Potatoes Egal Und ich dachte, wir spielen wieder mal die Winter Map Die haben schon lange nicht mehr gespielt, seit den Weihnachtsferien Und es erinnert mich im aktuellen Wetter Ja Ich mein, okay Es ist, seien wir ehrlich, okay Es ist immer so, wenn es gerade warm ist, will man, äh, will man ins Kalte? Nee, ich freu mich denn, dass es warm ist eigentlich Eigentlich schon, aber Der Mensch ist nie zufrieden, glaub ich, oder? Egal, egal, ja Die Map ist schön, ja Unabhängig davon Und es gibt ein bisschen Kontrast Und es erinnert mich an die schöne Weihnachtszeit Das ist schon was Tolles Oh, mei Da, 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 da K K Ich finde Ich finde, ich finde Eigentlich könnten wir die Steine auch Normals normale Wolf übertragen Weil dann hat der Toops ist der Wolf aber wo ja der aufwand ja du weißt du bist kein wolf du bist tanus ja übrigens nur nebenbei also wir auch wer tanus ist könnte mir gerne ein paar steine spendieren dafür ich möchte ich einfach gar nicht in der kiste nein böse das meint auch zwar los nein da war nur eine kiste drin das ist ich bräuchte ich bin da war ich so will damit ich habe nur leder ich kann ja ein paar geben aber ich habe noch hier okay ich habe ein bisschen gold geben du willst also alter überall nicht nirgends ja da nennt ich glaube auch match ist leider echt ja ich erzähle noch okay jetzt ist die frage singt jess am turm oben können wir mal heute mal ein bisschen ich wollte sagen wir jetzt er wollte er wollte tanus ist das will sich ausreden das will sich ausreden vorliest diesmal vor kann ich jetzt auch mal so testen weißt du weil ich das ein bisschen kacke heißt das heißt an oh mein gott oh mein gott ich bin ganz oben bei der weihnachtsmütze bin ich oben oh mein gott sind dreidenschlüssel haben ja viel testosteron hallo wie du willst du gerade am dach du bist du gerade am dach ich bin glaube ich da drauf schau mal auf den fetten turm den ganz großen turm ist doch aufgekommen in der förde eine einzige das kann noch er hat so viele ender perlen gegessen dass jetzt hier nur die frage komme ich hier wieder runter wenn ronja pups dann teleportiert zu denjenigen dahinter steht irgendwo hin ich brauche auch kisten hat ihr kisten angebot dings ich hätte rubies ich tausche es gibt doch geschenke oder zum kaufen wo man sagt ja oder ja 2 rubies euch gegeben in all mein gott gold ich kaufe geschrieben also das heißt ich habe geschrieben das heißt ich glaube es ist nicht ich habe zwei der mannschwerter und zwar ich bräuchte starke war für irgendwas ich habe aber nein nein die ronja tue das nicht so ist die waffe ich bin schuldig es ist floh ich bin schuldig ich könnte bestätigen jörn hast du auch ronja aus spaß geschrieben du fühlst dich nicht schuldig du fühlst dich nicht ich bin schuldig du bist viel zu spät ja 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 noch eine minute ohne wohnen floh er ist es was hat er für eine waffe was hat er was hat er kann doch herr ja ich war so low ich war so low thomas confirm wir haben schon mal eine folge gemacht ich habe am freizeit da war ich dreimal ich habe eine führer street grad ich suche sich hallo ich fühle mich schuldig julian habe ich geschlagen habe ich zurück ich war schuldig ja wenn jürgen zu schuldig ist wie ich jetzt die runde dann ja dann ja du hast mich gesehen wir schuldig war ich muss sagen wir hatten noch damals bei der titanik mal eine runde wo ich viel mal wolf oder ja letzte folge bei mir will ich auch dreimal hinterein du brauchst halt ultra lack habe ich das gefühl irgendwie jetzt bin ich wieder gar nix jetzt bin ich wenn ich finde ich will wieder belebt ich glaube jetzt habe ich mir glück fürs leben also wenn topst du jetzt geht es dann bin ich böse ein schlechter mensch ich will ich will topst du leben ich würde nix julian geben wenn ich mal so aber ich kann die sich zu zeigen aber du musst mir dafür du musst mir dafür rubies ja 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 was wenn ron ist ich glaube ich glaube es könnte sein aber ich glaube es nicht und sie sagt alle geben wir alle deine dings nicht so ist also um ehrlich zu sein ihr könnt das ich habe auch gerade ich habe auch gerade drei eisner trug gefunden wirklich auch juli ist bei mir flog hoffen steigen dann zeige ich dich nicht okay flog legit wenn du es jetzt wieder wirst dann ohne witz es ist sie froh ich wäre es gern ist topst wenn ich das mache dann mache ich eine runde nur tanos xxl special ich hab hier wenn du mal rapper wisst dann musst du dich nennt oder ronjam alles klar alles klar also also wer topst doch er und er wird es war viel gold was ein alternativ kreer zählt also aber er wollte ich sagen es ist es ist ein bisschen peinlich an röppern die rinde von bäumen ja das auch stimmt ja ist manchmal auch die blätter mit du bist wiederbelebt dich hier steht unsichtbar mehr ich bin tot davor der vorher unsichtbar dann geht er uns hinter uns unsichtbar okay erstmal schleim pad was brauche ich noch oder ich habe keine kreuz würde ich habe zwei kreuz geben deswegen ich habe nicht nur steine wo wir sind ich bin ich bin weg jetzt gott randomizer ok ich kann kein randomizer kauf irgendwie nein oh mein gott wer hat gerade den aggressiven tobias beschworen wer denn wohl hast du ihn beschworen ja ne es war topst aber topst tot ja irgendjemand hat gerade den bei mir beschworen hat mein slimepad aufgelöst die neue taktik ok also ich habe nicht genug für irgendwie denkst für irgendwas hier ok 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 kann ich mir arrows kaufen 20 pfeile oder wo bist du wo bist du ich kaufe mal schlagstock ich würde zwar es kann das gern probieren aber ich habe das gefühl ok als parkour profi ah nein ok wobei ja ok klappt ok alles klar ich brauche kein schleimpad mehr ich habe was besseres ich kann es nur einmal versuchen wieder am start nice kriegst du nicht neben kommt da kommt runter das heißt ich kann nicht mehr runter springen weg ich bin vermeidbar jetzt mal noch mal was ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht hat schon umgestellt ist die map kaputt ich glaube ich weiß warum es könnte sein wegen dieses ich bin dauer gilt mir fällt nicht einfach sonst irgendwie schon wer ist denn wohl gestorben nein nein im shop auf shop und das kommt der rechte mir heute rein und schau ich bin dauernd